Na los, na los! Schatz! Halten die Karte bei uns hin! Die Karte sind fertig! Die Karte sind hoch! Keine Achtung! Sie wollen auch die Karte! Und die Schütze hinverziehen! Sie wollen die Karte! Verstand! Greifen wir Ihre Flanke ab! Die Karte! entrepreneurial yourself! So饒it! Headsmit! Headsmit! Was ist das? Das war's für heute. Exceed! Exceed! Werfe eine Kanate! Werfe eine Kanate! Werfe eine Kanate! Wer ist die Kanate! Wer ist die Kanate! Ja, meine Karasse! Jetzt einer! Weiterbleiben! Die Feuer auf dich! Die Sonnen geht los! Da! Ich habe ihn infiziert! Ah! 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 Zwei, zäle! Drille, Atten! Drille, Drille, bleiben! Ich werfe eine Granate! Ich habe keine Situation mehr. Ich habe ihn infiziert. Heißbewegung, voll auf! Schaffst du! Schaffst du raus! Schaffst du raus! Schaffst du sie? Schaffst du raus! Schaffst du raus! Schaffst du raus! Los geht's! Das ist genug! Los geht's! 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 Oh Gott! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 20. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war unglaublich. Wir gehen. Jetzt. Gott, ich... Ich war so scared, dass du und... Ich? Du bist diejenige? Geh dir die anderen. Er ist weg. Oh, nein. Misha. Misha! Wir haben keine Zeit für das. Wir müssen die Rekrutschen raus. Wir sind weg von hier. Wenn wir hier viel länger bleiben, dann sind wir gebrochen. Du bist richtig. Du bist richtig. Okay. Let's go. Misha, wir müssen nach Volga kommen. Wie gehen wir aus dieser Geburt? Misha, fokus. Wie können wir nach der Rekrutsche? Da ist ein Exit hier. Wir können eine Rekrutsche für die Rekrutsche machen. Aber die Deutschen sind blockiert hier. Es wird schwer. Hast du noch weitere Anbieter? 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 Ich weiß, da waren Soldaten auf der Rekrutsche. Sie haben eine Radio. Es gibt eine Anbieter. Es gibt auch Anbieter, auch. All right. Ich lege die Anbieter von dort, während du unsere Leute nach der Rekrutsche. Mit deinem Schuss, Sestrat? Vielleicht kannst du auf der Rekrutsche nach oben. Ich würde dich auf der Rekrutsche nach oben gehen. Ich werde dich auf der Rekrutsche nach oben gehen. Ich finde, ich habe einen guten Ort zu schützen. Ich weiß. Du hast immer noch ein besser Schatz als ich. Warte. das ist mit mir. Ich weiß, dass er nicht in diesem Postoffice auch ein paar Parlante von Obliotken würde. Du wärst stolz von dir. Du wärst stolz von uns. Wir wärst stolz von uns. Geben die Menschen nach den Zürr. Ich werde sie von der Rekrutsche nach dem Zürr. Sie wäre nicht gut. Ich würde nie. Okay, das sind die Straße. Polina! Polina! Can you hear me? I'm on the radio. Polina, I'm not receiving. Boi, Boche, I hope you're listening to me for once. We are pinned down in the crater by the trolley. Alina, we'll stand for the sewer than yours is added by the row. You are surrounded, Ivan. Accept your defeat. Now you step up. Left down your weapon, hand on surrender. Sie sind hier, und nicht hier! Die Partizisten, jetzt! Malina hat sich nicht mehr an den Trennen! None of you are leaving this square allein! We need a clear path. Good run, sestra. Polina, we need cover fire. Polina, we need cover fire. We need cover fire. We need cover fire. Polina, we need cover fire. Polina, we need cover fire. We need cover fire. We need cover fire. Oh, my God! Good round, sestra! Ich weiß nicht, Papage, ich kann sehen, dass du das was benutzt hast. Ich wünsche mir noch ein paar Jägeren, auf der anderen Seite des Kraters! Ich wünsche mir, ich könnte so shooten! Okay, alle, los geht's in den Sewer, jetzt! Polina, sie halten! We need a minute to get the sewer open. Melina, don't tell! We are getting shot from above. The windows! They're up in the windows. I think it's you up there, and not me. Melina, I think they're trying to snake you on the rooftop. Okay, Melina, get down here and meet me in the sewer. I see some scaffolding on the side of the building you can use. I see some scaffolding on the floor. Get down here! Come on, Melina! Was ist das? ...berned away something important. Ich denke, das hat uns getrennt zu den SOE in der ersten Zeit gemacht. Aber für Polina... ...die Wound war tief. Sie war bereit, die Wurzeln zu retten. Und das hat sich gemacht, die der Mordlichste Mitglied der meiner Team gemacht hat. Es ist so ein Wichtiges Geschichte. Du kannst nicht sogar die Leben von deinem Vater schützen. Also, sag mir, warum ist Ivan mit einem alten Riffel Teil einer Top-Secret Allied-Operation? You do not scare me, Little Mouse. You misunderstand me, Freulein. I do not need you to fear me. I need only your screams. That will convince your friends to talk. Why? Because I am a woman. You are not very good at this, are you? Tell me. What other missions the Allies have? In Germany. There is nothing worth talking about. So, what is worth talking about, Freulein? Rising. Go fetch him. I'll confirm my story together. Take her back. Send me all the records on Air Commander Steiner. Bye, ma'am. And any photographs of the Russian sniper? Lady Nightingale, yes. Is that one? And we... Herr Freisinger. I was just coming to see you. We have confirmation from the woman. The sixth ally is dead. Is that soon? An American arrested at Templehof, trying to steal a plane. This makes no sense. Prisoners made a fool of you, Richter. And now you have made a fool of me! The American is being brought here now. If I must interrogate him myself, then I have no use for you. You hurt? Are you blind? Just trying to be nice. What did you tell them? We traded torture tips. Relax. It's all the same lies as you. Did he believe you? I stopped asking when I brought up Freisinger. When we get out of here, the first thing I'm going to do is head to the pictures. Si, le trois muscetaires. Let Idet Merah break my heart all over again. And you, Lucas? What's the first thing you'll do when we're out of here? Me. When I get home, I'm eating lamingtons for a week. All cakes, all the time. I know what you miss. Yeah. I'd like to have that sweet bird, Barbara, pour me pints of my local until I forget this inferno war ever happened. I don't even know if she's still alive. Everyone I love is dead. And the only time I feel anything is when I watch a German beg for his life. So, I am exactly where I need to be. Wade showed up just as I'd hoped. He played his part well without even knowing my plan. The team had written him off, but I was counting on him being his usual charming self. Try that again, crowd? And we're going to have a real fucking problem. Your team lied about you, lieutenant. Lieutenant. Now, is that so hard? Finally, some respect. I know you are the sixth man. What did you want with that plane? You Nazis. You make me miss fighting in the stinking Pacific. I want to know what else they've lied about. I want to know what else they've lied about. I want to know what else they've lied about. Vielen Dank.